Kenne den Unterschied. Mit der Adduktorenmaschine trainierst du fokussiert kleine Muskeln neben bzw. unter der großen Poormuskulatur. Setz dich gerade hin, zieh dich rein in den Sitz und bring die Beine dann so weit wie es geht auseinander, bevor du sie dann wieder fast ganz zusammenbringst. Mit der Adduktorenmaschine trainierst du mehrere kleine Muskeln, einfach gesagt die Oberschenkelinnenseite. Setz dich gerade hin, zieh dich in den Sitz rein und geh dann so weit wie es geht nach außen und drück die Beine in der Mitte ganz zusammen.